Ich würde ihm raten, auf jeden Fall zur Dentaprime-Klinik zu fahren, weil da wird einem die Angst genommen und man kümmert sich um einen, also da braucht man keine Angst haben. Mein Mann war sofort begeistert, er hat gesagt, wir probieren es, kann es schieflaufen und als wir das erste Mal hier in der Dentaprime-Klinik ankamen, da war er total begeistert von dem Ablauf, von allem drum und dran, wie es hier gelaufen ist. Also auch mein Mann war begeistert, obwohl er so eine Kutelgezähne hat. Immer wieder, immer wieder, ich würde immer wieder zur Dentaprime kommen, weil hier fühle ich mich gut aufgehoben. Untertitelung des ZDF, 2020